2020. Ein Jahr, das unsere Weihnachtspläne ganz schön auf den Kopf gestellt hat. Aber wenn wir in der letzten Zeit eins gelernt haben, dann, dass das Zuhause und die Familie gerade in schwierigen Zeiten eine ganz besondere Bedeutung haben. Daher ging es in unserer Weihnachtskampagne auch nicht um teure Geschenke, sondern um dich. Ganz egal, wie und mit wem du feierst, Weihnachten hat ein Zuhause. Deins. Unsere Kampagne bestand aus drei Phasen, in denen wir zunächst mit emotionalen Geschichten Aufmerksamkeit schafften, dann gezielt zu den Produkten leiteten und später zum Kauf animierten. Im Schwerpunktmedium DOOH wagten wir einen ganz neuen Schritt. Wir nutzten First-Party-Daten, um die Aussteuerung der programmatisch gebuchten Kampagne vermarkterübergreifend auf die relevanten Zielgruppen zu optimieren. Neben soziodemografischen Daten flossen auch Interessen und Verhaltensweisen der Zielgruppen in das Targeting ein. Die differenzierte Ansprache der Zielgruppen wurde zusätzlich mit Kontextfaktoren wie Wetter, Uhrzeit und Standort angereichert. So konnten wir 230 Millionen Kontakte im DOOH mit relevanten und dynamischen Inhalten ansprechen. Und weil wir unserer Message die angemessene Größe geben wollten, haben wir uns eine ganze Fassade vorgenommen und kreativ bespielt. Die Weihnachtskampagne war ein voller Erfolg. Die differenzierte Zielgruppenansprache im DOOH sorgte für eine stark überdurchschnittliche Werbeerinnerung von 44 Prozent. Auch die Markenbekanntheit stieg während der Kampagne innerhalb der Zielgruppen um 41 Prozent an. Weihnachten hat ein Zuhause. Deins. 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 Untertitelung des ZDF, 2020